Tsar Alexander, Tsarin Maria Alexandrovna, verehrte Gäste, es ist mir eine Ehre, euch an der Hofburg begrüßen zu dürfen. Morgen werden wir gemeinsam eine Weltausstellung eröffnen, in der über 70 Nationen ihr Wissen und ihre technischen Errungenschaften miteinander teilen werden, um so die Welt ein Stück besser zu machen und auch friedlicher. Auf der Reise, die hinter mir liegt, durfte ich viel über die Endlichkeit des Lebens lernen. Wie oft hegen wir Groll gegen Menschen, die wir kaum kennen. Verbissen hängen wir alten Konflikten nach, anstatt uns zu helfen, zu unterstützen, füreinander stark zu machen. Deswegen möchte ich mein Glas erheben und uns dazu ermutigen, lassen wir die kommenden Wochen zu einem Fest der nächsten Liebe und des Friedens werden. Forschen fallen lassen!